Hallo im PsychKast-Kanal. In den letzten Monaten habt ihr sicherlich immer mal wieder von Lieferengpässen für Medikamente gehört, wobei das bislang immer die somatische Medizin betraf, häufig betraf es Antibiotika, aber auch eine ganze Reihe von anderen Medikamentengruppen. In der Psychiatrie waren wir bislang im Wesentlichen verschont geblieben von solchen Lieferengpässen, aber aktuell hört man von einem erheblichen Lieferengpass für Venlafaxin. Venlafaxin ist ein häufig verordnetes Antidepressivum, das also gegen Depressionen, Ängste und Zwangserkrankungen eingesetzt wird und das wirklich sehr viele Patienten bekommen. Und aktuell scheint es so zu sein, dass es von allen Händlern nur noch schwer zu beziehen ist. Patienten, die gegenwärtig mit Venlafaxin behandelt werden, müssen jetzt noch nicht umgestellt werden. Es gibt schon noch gewisse Vorräte, aber zumindest für die nächsten fünf Wochen soll es mal eher knapp bleiben und man weiß nicht genau, ob es dann auch wieder besser wird. Deswegen wird empfohlen, Patienten nicht neu auf Venlafaxin einzustellen. Wenn man einen Patienten hat, dem man gerne ein SNRI geben möchte, wie es Venlafaxin ist, also ein Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, dann ist vom Rezeptor-Bindungsprofil her am ehesten Duloxetin vergleichbar. Ich habe euch hier mal eine Tabelle verlinkt, die Umrechnungswerte der einzelnen Antidepressiva zeigt. Die muss man mit ein bisschen Interpretation lesen. Aber es ist schon so, wenn man bislang vorgehabt hätte, Venlafaxin 75 mg zu verordnen, dann könnte man ganz gut ausweichen auf Duloxetin 60 mg. 112 mg Venlafaxin entsprechen am ehesten etwa 90 mg Duloxetin und 150 mg Venlafaxin entsprechen am ehesten etwa 120 mg Duloxetin. Vom Venlafaxin gibt man ja manchmal auch höhere Dosierungen. Ich selbst gebe die nur ungern, also 225 mg schon mal. 300 mg, was auch häufig verordnet wird, gebe ich nur in extremen Ausnahmefällen. Das ist nicht unbedingt mit Duloxetin hinzukriegen. Hier soll man nicht höher als 120 mg gehen. Aber auch diese höheren Dosierungen würde man, wenn man sie denn umrechnen wollte, dann am ehesten mit 120 mg Duloxetin abbilden und dann mal sehen, wie Verträglichkeit und insbesondere Wirksamkeit sich zeigen. Ich verlinke mal die Tabelle. Wie gesagt, man muss jetzt keine bestehenden Behandlungen umstellen, wenn das Medikament in der Apotheke noch beziehbar ist. Aber Neueinstellungen sollten gegenwärtig nicht auf Venlafaxin erfolgen. Schöne Grüße vom PsychKast-Kanal, euer Jan Dreher. Schöne Grüße vom PsychKast-Kanal, euer Jan Dreher.